Hallo, mein Name ist Stefan Racki, ich bin 43 Jahre alt, bin seit 19 Jahren bei der Firma Hasit beschäftigt, habe begonnen als Anwendungstechniker auf Ort auf der Baustelle und bin nach fünf Jahren in den Vertrieb gewechselt, habe dort bis 2015 drei verschiedene Verkaufsregionen betreut, habe danach die Stelle als Regionalverkaufsleiter übernommen, habe dort die ersten Leitungsfunktionen übernommen, Jahr für Jahr und mache seit 01.01.2019 die Gesamtvertriebsleitung für die Region Mitte, habe dort zehn Mitarbeiter und mir macht es jeden Tag Spaß, gemeinsam mit meinen Mitarbeitern Probleme, aber natürlich auch Erfolge gemeinsam feiern zu dürfen. Und für das, was die Firma Hasit mir dieses Vertrag geschenkt hat, bin ich sehr dankbar und hoffe, das noch lange ausführen zu dürfen.